Schneller als erwartet wurde die Microsoft 365 Cloud erneut gehackt. Dieses Mal hatte der Konzern aber weitaus weniger Glück. Statt mit nur einem blauen Auge davon zu kommen, missbrauchten Angreifer die Schwachstelle dieses Mal, um damit auf eine unbekannte Anzahl fremder E-Mail-Konten zuzugreifen. Nein, doch! Und das über mehrere Wochen hinweg. Was genau passiert ist, das erfährst du in folgendem Video. Und damit herzlich willkommen zu U-Labs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf U-Labs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Der Reihe nach. Laut Microsoft begann das Ganze ab dem 15. Mai 2023. Ab hier haben Angreifer die Sicherheitslücke ausgenutzt. Der Konzern begann aber erst ab dem 16. Juni 2023, also gut einen Monat später, mit Nachforschungen zu diesem Thema. Anlass waren zunehmende Meldungen von Kunden, die unbefugten Zugang zu ihren Cloud-Konten bemerkten. Laut eigenen Aussagen dauerte es nun noch mal weitere Wochen, bis die Untersuchungen auf die Schwachstelle in den hauseigenen Systemen aufmerksam wurden. Mittlerweile gibt es von Microsoft zwei Block-Einträge, die zur wirklichen Ursache und zu dem, was passiert ist, nicht wirklich viel enthalten. Demnach haben die Täter einen Schlüssel für Microsoft-Konten, den MSR-Key, entwendet. Wie genau? Das verrät uns Microsoft nicht. Als nächstes machten sich die Angreifer ein Token-Validierungsproblem zunutze, womit sich der Nutzer als ein anderer Azure Active Directory Nutzer ausgeben kann und damit vollen Zugriff auf die E-Mails über Outlook Web bekommt. Es ist ein Desaster, so etwas öffentlich zu hören. Deutlich mehr Informationen als vom Hersteller bekommen wir von der US-Regierung, und zwar von der CISA. Die US Cyber Security and Infrastructure Security Agency ist für die Sicherheit der digitalen Infrastruktur verantwortlich und beschreibt zumindest, wie der Angriff entdeckt wurde. Bei einer routinemäßigen Überprüfung der Audit-Protokolle ist aufgefallen, dass ein ungeblicher Client auf E-Mails mittels Outlook Web, also OWA, zugreift. Dies brachte die eben erwähnte Prüfung ins Rollen, wodurch Microsoft dann Wochen später auf diesen Angriff aufmerksam wurde. Da es sich bei dem MSR-Key um einen internen Schlüssel handelt, muss entweder ein Mitarbeiter von Microsoft kompromittiert worden sein, oder der Angreifer hat es geschafft, gleich die ganze Infrastruktur von Microsoft erfolgreich anzugreifen. Beides vollkommen realistisch, wenn man sich anschaut, wie oft Microsoft schon mit schweren Sicherheitslücken aufgefallen ist und noch viel schlimmer, mit einem aus meiner Sicht katastrophalen Umgang damit. Ein Extrembeispiel ist Bing Bang. Dazu hatte ich einen ausführlicheren Beitrag gemacht, weil das selbst für Microsofts Verhältnisse extrem gravierend war. Jeder hatte Zugriff auf zahlreiche interne Systeme von Microsoft, darunter zum Beispiel das Verwaltungsmanagementsystem von Bing, womit man dort alles Mögliche manipulieren konnte, und Petabyte von internen Daten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das bietet ein extrem riesiges, unvorstellbares Missbrauchspotenzial, und damals hatte ja Microsoft Glück. Diese große Schwachstelle wurde von ethischen Sicherheitsforschern entdeckt, die sie weder weiterverkauften noch selber ausnutzen, sondern sie kostenfrei an Microsoft meldeten. Der Schwarzmarkt hätte Microsofts Cloud und deren Kunden damit so richtig zerstören können. Aber zurück zum aktuellen Fiasko. Das Regierungsdokument enthält neben der bisherigen Aufarbeitung auch Schutzmaßnahmen, mit denen Cloud-Umgebungen sicherer gestaltet werden können, darunter auch das Aktivieren und Überwachen verschiedener Protokolle. Das dürfte jetzt nicht so viel überraschen, nachdem der Angriff und die daraus später resultierende Sicherheitslücke nur durch eine solche Überprüfung überhaupt aufgefallen ist. Möglicherweise weniger bekannt ist dagegen der Umstand, dass Microsoft diese Protokolle nicht in jedem Cloud-Abo anbietet. Man muss sich dafür für eines der teuersten Abonnements entscheiden, zum Beispiel Microsoft 365 in der E5-Variante. Das enthält alle Audit-Protokolle, kostet aber dafür schlappe 716 Euro pro Benutzer und Jahr. Erst nach dem Solarwines-Angriff hat Microsoft hier leichte Verbesserungen vorgenommen und zumindest Regierungskunden kostenfreien Zugriff auf umfangreiche Protokolle gewährt. Aber alle normalen privaten Kunden, die müssen nach wie vor mehr bezahlen oder eben auf diese Funktion verzichten. Wie viele E-Mail-Postfächer und Personen konkret betroffen sind, dazu äußerte sich Microsoft nicht. Man weiß bloß, dass es insgesamt 25 Organisationen sind, also Tenants sozusagen in der Microsoft-Sprache. Neun davon befinden sich in den USA. Derzeit sind nur zwei öffentlich und konkret namentlich bekannt, nämlich zum einen das Außenministerium und das Handelsministerium in den USA. Das Handelsministerium hatte festgestellt, dass es kein Sicherheitsproblem bei ihnen in der eigenen Infrastruktur war, sondern eine Schwachstelle in den Cloud-Diensten von Microsoft. Es hat den Konzern informiert und durch die Beteiligung einer Regierungsorganisation wurde die Schwachstelle öffentlich. Laut der Washington Post sind aber auch Anwälte für Menschenrecht und Mitglieder von Denkfabriken ebenfalls betroffen, ohne diese namentlich zu nennen. Da ist natürlich klar, dass in diesen Branchen besonders sensible Daten vorhanden sind, erfolgt hier keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durch den Nutzer selber, sind diese Daten unkontrolliert in fremde Hände gelangt. Neben Manipulationen sind auch Infektionen denkbar, zum Beispiel mit Schadsoftware. Immerhin handelt es sich ja um einen für den Empfänger vertrauten Absender. Laut FBI hatten die Angreifer in Anführungsstrichen nur Zugriff auf die Posteingänge von den E-Mails in Outlook, in denen keine Verschlusssachen liegen sollten. Selbst wenn das stimmt, das bietet umfangreich viele Möglichkeiten für Manipulation und verschiedene Straftaten. Phishing und andere Betrügereien sind wesentlich erfolgreicher, wenn sie sich auf Kollegen, Projekte und andere vermeintlich harmlose, aber bekannte Internetinformationen berufen, denn das weckt Vertrautheit, wodurch man dann gar nicht erst darüber nachdenkt, dass vielleicht der Gegenüber gar nicht der ist, für den man ihn hält. Es wird aber noch kritischer. Microsoft kommuniziert geschickt, um den Eindruck zu erwecken, es sei ja in Anführungsstrichen nur Outlook im Web betroffen. Habt ihr euch schon mal an OWA angemeldet? Dann seid ihr in der Regel per SSO auch an anderen Microsoft-Diensten automatisch eingeloggt. Da die ja gerne als Abo zusammen mit Microsoft 365 oder Office 365, wie es früher verkauft werden, nutzen vor allem Unternehmen oft eben noch weitere Dienste. Ruckzuck kommt man dann mit Teams, OneDrive und Co. auf noch viel mehr Informationen. Außerdem schreibt Microsoft in dem Blog-Eintrag Impersonate Azure AD. Das Azure Active Directory, kurz AAD, ist der zentrale Verzeichnisdienst für alle Cloud-Dienste des Unternehmens. Wenn man sich durch den geklauten Schlüssel und das gefälschte Zertifikat, also die zwei Lücken zusammen, als AAD-Benutzer ausgeben kann, wie es hier von Microsoft vorsichtig behauptet wird, dann ist das Ganze noch weitaus brisanter. Denn dann würde es nicht, in Anführungsstrichen, nur die Microsoft 365-Dienste betreffen, sondern komplett alle Azure Cloud-Dienste von Microsoft. Auch Sicherheitsforscher finden das Verhalten von Microsoft mehr als fragwürdig und kritisieren den Konzern dafür. Zum Beispiel dafür, dass die Sicherheitslücken in diesen Beiträgen nicht als solche benannt werden. Auch die Vergabe von CVEs, wie sie bei On-Prem-Software üblich ist, findet nicht statt. Microsofts Erklärung liest sich, als musste man nur den Schlüssel tauschen, damit sei jetzt alles wieder gut und es war ja eh nie so wirklich schlimm. So steht zum Beispiel im Blog-Beitrag, dass man den Angriff entschärft hat. Aber wie konnte dieser Schlüssel, der nur für die Internetverwendung gedacht ist, überhaupt das Unternehmen Microsoft verlassen und in die Hände von Unbefugten gelangen? Warum war es damit möglich, Zertifikate für andere zu fälschen? Und warum wird all das erst etliche Wochen, nachdem ein Kunde angegriffen wurde und das Ganze bemerkt, öffentlich? Es bleiben sehr viele Fragen ungeklärt, die mich, wenn ich Kunde dort wäre, sehr verunsichern würden. Man weiß nicht mit Sicherheit, wer diese Schwachstellen bei Microsoft entdeckt und ausgenutzt hat. Microsoft schreibt sie Storm 0558 zu, die sich auf Spionage gegen Regierungsorganisationen spezialisiert haben soll. Storm nutzt der Konzern als eine Art Platzhalter oder als Pseudonym, um neue Hackergruppen zu identifizieren. Schon das zeigt, wie wenig darüber bekannt ist. Fakt ist, der Angriff, der kam technisch aus China. Ob er wirklich von einer Gruppe in diesem Land oder gar der Regierung durchgeführt wird, wissen wir nicht. Es ist gut möglich, aber es gibt auch zahlreiche weitere Möglichkeiten. Die US-Regierung selber hat daher bisher noch keine Gruppe oder Regierung als Verantwortliche benannt. Aus IT-Sicht kann uns das auch ziemlich egal sein. Spätestens seit dem von Edward Snowden enthüllten Überwachungs- und Spionageskandal ist bestens dokumentiert, dass alle Industrienationen, die es sich leisten können, überwachen, spionieren und manipulieren, was das Zeug hält. Dass wir uns dagegen schützen sollten, ist also klar. Ob das nun im Einzelfall mal Russland ist, mal China ist oder auch die USA bzw. Großbritannien, das macht keinen wirklichen fundamentalen Unterschied. In den drei Monaten seit der letzten Katastrophe hat sich in Microsofts Cloud also offensichtlich nicht wirklich was verbessert. Sicherheit scheint dem Konzern nur wichtig zu sein, wenn man da auf Hochglanzfolien mit PR machen kann und damit eben Werbung macht. Es war eine Frage der Zeit, bis sich das recht. Hier sehen wir das erste Ergebnis, bei dem Microsoft weniger Glück hat. Was denkt ihr, wann wird es in der Microsoft Cloud das nächste Mal knallen? Betten werden im Forum auf YouLips.de oder in den Kommentaren angenommen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und zwar sehen wir den falschen Button gedrückt und jetzt glaube ich, ich hab das Internet gelöscht.